Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Unboxing. Diesmal drei Booster. Aber ich merke, so langsam geht der Hype vorbei. Ich glaube, langsam ist der Hype vorbei. Die Videos kriegen weniger Klicks. Na, ich mach's ja auch Spaß, mir geht's um die Klicks. Und ein Memon. Glitzernd. Oh, Glumanda. Yeah, Glumanda. Cool. Das fehlte meiner Charlotte ja noch. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, ob wir Glitzerndes Memon schon zweimal Glitzernd haben. Da bin ich nicht. Gucken wir mal weiter. Es fehlt nur noch dieser Samen und Serpipol. Oh. Flamjau. Glitzernd. Ein weiteres Glumanda und ein Shiggy. Okay. Gucken wir mal das Letzte, was wir da haben. Spengengeschwanz. Ein Glitzerndes Kekamor. Ein Gemanda und ein Hydropi. Ja, ich danke euch, dass du sehen und tschüss. Ach, ich danke euch. Echt weiche dirusal 관심. Vergn tricksst du times her.